Morgen. Heute geht es los. Dritter Tag. Zingst zum Hundestrand. Bordi. Bordi, weiter. Hier. So ist es fein. Komm mit. Bordi kann rennen. Bordi hat nämlich einen Kreuzbandriss gehabt und jetzt muss sie ein wenig vorsichtig wieder therapiert werden. Und das machen wir mit kurzen Spaziergängen und ein bisschen Baden in der Ostsee. Das war nicht schwer. Das sehen wir heute. Wir sehen heute das Meer. Oh, Dinge klaut. Oh, oh. Oh, die hat Dinge gehabt. Und der hat Beute gemacht. Oh, oh. Oh, oh. Let's go! 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 Let's go!